Kasimir Malevich – Schwarzes Quadrat Das Schwarze Quadrat von Kasimir Malevich gehört zu den Ikonen der Malerei des 20. Jahrhunderts. Der Erfinder des Suprematismus, der die Gegenständlichkeit zugunsten der Darstellung reiner Empfindungen vernachlässigte, stellte dieses Bild erstmalig 1915 in St. Petersburg aus. Malevich geht weit über das Maß seiner übrigen Bilder hinaus. Was bleibt, ist ein reines schwarzes Quadrat, das von einem weiß gemalten Rand umgeben ist. Es handelt sich nicht allein um ein schwarzes Quadrat, sondern um die metaphysische Darstellung der damals bekannten Dingwelt. Dies schuf er durch eine von ihm so angelegte Crackelee, eine Rissbildung der Oberfläche, die die weiße Grundierung durchscheinen lässt. Das Durchscheinende kann somit als Anlass gelten, das Dahinter genauer zu untersuchen. Mit wissenschaftlicher Präzision machten sich die Künstler des Bauhauses und des Destil auf, diese Herausforderung anzunehmen. Aus den zugleich entstehenden Kunstströmungen der frühen 20er Jahre des 20. Jahrhunderts sollten sich neue Ideen für einen ausgewogenen Organismus in allen gestalterischen Disziplinen entwickeln.